Hey Vardy, was geht da? Ich habe hier so einen Sneaker und ich will wissen von dir, ob es der wert ist. Der kostet 170 Euro. Boah, ich sag dir ehrlich, ich finde den Todes hässlich, aber am Ende des Tages ist diese Leute Yeezy Slide eigentlich eine coole, wenn man so den Beige nimmt oder den schwarzen oder so, aber den also finde ich echt hässlich. Okay, danke dir.